Ich bin extrem weich, nur dann bin ich auch wirklich ich selbst. Diesen Erfolgshilfe habe ich von Sänger und Musiker Peter Maffay und genau darum soll es in meinem heutigen Blogbeitrag gehen, nämlich um diesen weichen Kern. Man kann zwar die harte Schale haben, nur der weiche Kern ist wichtig, nämlich am Ende des Tages authentisch zu sein. Wann bin ich authentisch? Wenn ich mich um andere Menschen wirklich bemühe und mich darum kümmere und auch schaue, was ihnen wichtig ist. Und das natürlich von mir selber vorlebe und nicht nur einfach irgendwas da draußen in die Weltposaune, was gar nicht von innen rauskommt. Wie du noch authentischer sein kannst und was es mit deinem Erfolg zu tun hat, all das und noch viel mehr gibt es heute in meinem Blog unter www.normen-kraeter.com Viel Spaß beim Reinschauen, authentisch sein und erfolgreich werden und sein.